So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. Ja, komm schon. So, dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. So, dann gucken wir mal, ob hier was mit bei ist. Ah, mehr rückt da nicht raus. Und hier war ne Runde Bücher. Bukovra 6. Die Dame. Bukovra 6. 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 Okay. 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 Come. We're in number six. Und eins haben wir noch. Ein Euro kommt dazu. Dann sitzt 640. Und eine runde Bücher. Zwei Euro Einsatz. Sehr schön. Der ist immer gut. Der darf immer dabei sein. Zwei Euro. Lass mal ein Buch. Ja. Dann ist das jetzt klar. Sie hat das. Sie hat das. Die das. Sie ist so leiser. Sie hat das. Sie ist interessiert. Die das. Die das. Die das. nur zwei 15 zweimal forscher mehr gibt es nicht dann gibt es hier mal eine runde 2 euro einsatz ja 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 Na los, noch ein paar mehr Pferde hier. Hm, füllt sich dazu. So, dann gibt's hier eine 1-Nerd-Survival-Einsatz. Na, dann machen wir voll hier. So, dann machen wir voll hier. So, dann machen wir voll hier. So, dann machen wir voll hier. Und noch eine Runde. Läuft. Los, Zaubermann auf 5 hier. So, dann machen wir voll hier. So, dann machen wir voll hier. So, dann machen wir voll hier. Nummer 20. Bleibt dabei. Und hier war eine Runde für eure Spiele. 2 Euro Einsatz. Plus. So. 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 Jawohl Okay, sehr schön. Läuft. Okay, sehr schön. Okay, sehr schön. So, dann schauen wir doch mal was hier los ist. Los, drücken noch ein paar Rücken hier. Ja. 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 Kaputt. Komm schon, mach doch mal ihn auf hier. Ordentlichen. Na, jetzt kein mehr oder was? Spielwechsel. Ganz einfach. Dann wollen wir noch mal Schamuen, ob es hier was schönes gibt. Viel Glück mit Vikings of Fortune. Aha. Guck an, Treffer. Nanu. Und kaputt. Schön. So wird das nichts, Kollege. Hör auf. Hör auf. Hör auf, das muss auch klappen. Zwei Power Spins. Zwei Power Spins. Zwei Power Spins. Los. 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 Das kriege. Hm. Da ist die Pflocken schon wieder da noch. mann hätte gerne die kohle sogar gleich die klorrota spülen können vielleicht sollte ich das morgen machen dort der kasten mal wieder nichts dann gucken wir noch mal ob der hier was raushaut buche kiebs blick zimmer mal drei kann doch nicht so schwer sein hier bei sechs malzen das scheint ja heute nicht mein tag zu sein oder doch daneben keine freispiele in sicht weiter 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 Und der Rising Liner. Gehen wir nach 2 auf 2. Ah, kommt das komische Ding da noch, oder wie? Schafft er ja wieder die Lübe jetzt, wer muss er denn mitzubringen? 140 sind auch nicht in Sicht. Na super prächtig. Eine Kappe. Oh, los mal, die Dame. Oh, Alter. Boah. 1,560? Bist du des Wahnsinns? Das ist 1000 Euro Bild, du Drecksack. Boah, übel. So, mal schauen, ob die Sonne lacht. Los. Aha, da klingelt schon. Ja, 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 da klingelt schon. Das ist wirklich so großartig. mal noch schwarz wenn wir jetzt so die O-Shaken können Gut, wir wechseln.